Mich regt es auf, dass wirklich das Deutschland war. Eyo Leute, willkommen zu meinem neuen Video und heute geht es mal um Fakten über Deutschland. Ich denke, die meisten meiner Zuschauer werden wie ich aus Deutschland kommen, aber so über Deutschland selber denkt man eigentlich nie wirklich nach, weil man hier wohnt. Es gibt ein paar echt interessante Fakten darüber, die zeige ich euch jetzt. Viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit einem relativ aktuellen Thema, das Oktoberfest. Das Oktoberfest ist das größte Volksfest in ganz Deutschland und gehört auch mit zu den größten Festen der ganzen Welt. Der Zoologische Garten in Berlin ist der größte Zoo der Welt. Also der Zoologische Garten in Berlin bei uns ist der größte Zoo der ganzen Welt. Die beliebteste Sehenswürdigkeit hier in Deutschland ist der Kölner Dom. Ich hätte echt gedacht, dass es das Brandenburger Tor ist. Das Brandenburger Tor kommt erst auf Platz 3 der beliebtesten Sehenswürdigkeiten, denn die Dresdner Frauenkirche ist auf Platz 2. In Brandenburg gibt es eine Ortschaft mit dem Namen Kotzen. Ich habe auch schon mal ein Video über lustige Ortsnamen gemacht, verlinke ich euch gerne hier oben. Auf jeden Fall in Brandenburg gibt es einen Ort, der Kotzen heißt. In Deutschland gibt es mehr Frauen als Männer. Frauen sind 51,2% hier in Deutschland, das heißt es sind mehr Frauen hier in Deutschland als Männer. Bleiben wir beim Thema Männer und Frauen. Und nach dem Ersten Weltkrieg gab es sogar so wenig Männer, dass nur eine von drei Frauen einen Mann fand. Hier in Deutschland ist es so, dass man Kinder nicht so früh kriegt. Statistisch gesehen bekommen die meisten Frauen hier in Deutschland in 29 Jahren ihr erstes Kind. Hugo Boss, ein sehr, sehr großer und bekannter Markenname, hat damals die ganzen Uniformen der SS, der SA und der Hitlerjugend gefertigt. Barbie ist ja eigentlich eine sehr schöne und hübsche Frau. Es gibt auch eine Barbie-Puppe, die Angela Merkel nachempfunden ist. Das erste mit beweglichen Lettern, also mit beweglichen Buchstaben gedruckte Buch, war die Gutenberg-Bibel und wurde in Deutschland gedruckt. Deutschland ist gemessen an der Anzahl der Museen, Theater und Bibliotheken, das Land mit den meisten Möglichkeiten kulturelle Aktivitäten auszuüben. Deutschland ist das Land der Dichter und Denker, aber auch der Ingenieure, denn hier wurde der Taschenrechner, der LCD-Bildschirm, der Walkman, das Insulin, der Benzin und diesem Motor erfunden. So, der Oscar haben noch nicht so arg viel Deutsch gewonnen, aber 43 Deutsche haben den Oscar gewonnen, aber fast unglaublich 81 Deutsche haben den Nobelpreis gewonnen. Die Fernuniversität in Hagen ist mit 84.600.000 Studenten die größte Deutschlands. Gummibärchen, wer liebt sie nicht? Gummibärchen wurden auch von einem Deutschen erfunden, nämlich Hans Riegel, und das war damals der Besitzer von Haribo, der ist mit der Stelle gestorben, aber das war der erste, der Gummibärchen so erfunden hat. Die häufigste Todesursache in Deutschland, bei Frauen oder bei Männern, ist eigentlich immer eine chronische Durchblutungsstörung des Herzmuskels. Jetzt beim Motorhof fest natürlich die Weißwürstchen, aber in Deutschland gibt es über 1000 Arten von Würstchen. In Deutschland ereignet sich alle 4 Sekunden ein Unfall. Das muss es nicht mal geben. So oft wie jetzt hier 4 Sekunden vergeben, wenn ihr das Video schaut, jedes Mal ein Unfall hier in Deutschland. In Deutschland gibt es auch ein paar lustige Gesetze, und eins davon ist eben, dass wenn ihr mit aus dem Gefängnis ausbricht, ist das keine Straftat, denn es gehört zum Menscheninstinkt, frei zu sein. Natürlich werden die, die ausbrechen, auch wieder geschnappt und dann wieder eingesperrt, weil sie ja ihre Strafe noch absitzen müssen, aber es wird keine Strafe draufgerechnet, weil sie ausgebrochen sind. Ganze 31% von Deutschland ist Waldfläche. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es hier in Deutschland wirklich so viel Wald gibt, aber 31% der ganzen Fläche von Deutschland ist Waldfläche. Ein weiteres Gesetz, in Deutschland ist es nämlich illegal, auf der Autobahn keinen Treibstoff mehr zu haben. Das ist eine Straftat, wenn du keinen Treibstoff mehr hast. Und dann kommen wir schon zum letzten Fakt, und mich regt es auf, dass wirklich das Deutschland war. Deutschland war nämlich das erste Land, das gemeint hat, eine Sommerzeit einführen zu müssen. Das heißt, wegen unserem Land müssen wir dauernd die EU umstellen, und ein paar andere Länder haben dann nachgezogen. Also sind wir Deutschen dafür verantwortlich, dass es eine Zeitumstellung gibt. So, das war das vom Video, war jetzt relativ kurz, es waren einfach nur ein paar Fakten, die ich euch gezeigt habe, über Deutschland, weil ich finde, man weiß so viele Sachen gar nicht, und man wohnt ja hier, ist also nicht schlecht, das mal zu wissen. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, zeigt doch gerne mit einem Daumen nach oben. Hier sind jetzt nochmal zwei Titelfilme eingeführt, könnt ihr draufklicken, sind sehr, sehr interessant. Und ihr könnt mich hier natürlich kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.